Ja, freut mich hier in der Arena, in der Lobby zu sein, heute, hier, Blockhand, mit ein paar anderen Leuten als sonst, die sich jetzt alle mal nacheinander vorstellen dürften. Hallo. Hallo. Tony Chopper mein Name. Sprintmaschine. Panda Olli. Und einen haben wir dabei, der spricht nicht mit uns, das ist der Yoda. Und mit dem Kani. Und mit dem Kani. Was verlernt, wie man spricht. Nein, okay. Oh mein Gott. Irgendwie bin ich ein Random-Block. Ja, das war das. Ah, okay. Ich weiß, was ich bin. Das ist wunderschön. Mein bester Sucher. Yoda. Ach, schon wieder. Yoda ist schon wieder Sucher. Vielleicht ist er diesmal genauso gut wie gerade. Ich mach jetzt mal Random, ich versuche jetzt mal was. Kein Bock mich wieder im Haus zu verstecken. Eigentlich bin ich voll geil, bin ich erstmal ne Blume. Aber irgendwo reinstecken. Ja, aber das kann auch in die Hose gehen. Na, aber du kannst es versuchen. Stell dich am besten ins Haus als Blume. Das ist am sichersten. Hm. Ach nee, dich wieder. Der unaufhängig. Ey, wer von euch ist eigentlich dieser richtige Kack-Wars-Block? Bitte? Was warst du, Patrick? Ich? Ich helf Kusse. Ja, was warst du denn? Er war die Stein-Block. Der Stein-Stufe. Und wer war dieser komische Lehm-Block? Lehm-Block? Dieser ekelhafte Gras-Block, der so richtig kackt steht. Kussel hat mich, er hat mich gefunden. Oh nein. Aber er kriegt mich nicht. Er kriegt mich nicht. Er versteckt ist der Versteck, aber mich hat noch keiner gefunden. Ja, er hat mich. Er hat mich gekillt. Er findet mich eh direkt. Ich hab's eh noch viel schlechter so versteckt. Sooo da. Sind wir schnell tot? Oh, Kripp-Maschine, du Noob. Ja, was soll ich machen? Hier, Noobs. Du, Noob. Ey, Noob, Leute. Ich hab immer den Kuss hier ein bisschen angehittet. Ja, ich auch. Aber wie lange brauch ich denn noch hier? Wir brauchen ja ewig. Junge, es sind so vier Sucher und nur zwei Leute, die sich verstecken. Ich weiß schon, wo einer von euch ist. Also, ich muss hinzufügen, dass ein Let's Play Together mit Twotsos for Seve und unserem Channel, der hieß... Panda-Oli. Genau. Ja. Unser krasser Channel. Ja, sehr op. Wir garantieren euch, dass unser Channel nicht laggen wird. Niemals. Vielleicht ein bisschen. Ja, je nachdem, wie viele Leute wir sind. Hä, hier ist noch irgendwo einer. Hat er bekloppt? Hast er hier noch nicht gefunden? Er war doch eine Blume, oder? Ja, und hier ist noch einer, der... Der war so ein komischer Grasblock, oder war das schon einer von euch? Nein. So ein vergammelter Grasblock, der läuft hier noch rum. Ja, der ist ja, wenn er so festbekommt, dann ist er nicht mehr vergammelt. Ach so. Vergammelt? Also, so einer... Ja, der ist, wenn du rumläufst als Grasblock... Mit diesem Grauen oben raus. Auch so grau, ja. Ach so, also läuft hier noch immer ein Grasblock rum. Ach du Scheiße. Ja, wir schauen mal versuchen. Willst du den denn finden? Das ist bestimmt Sebbe. Natürlich. Nee. Sebbe. Ich bin nicht der Grasblock, ich bin eine Blume. Dann ist Min der Grasblock. Warte, ich war noch ein Fett. Nein, geht mal einer rein. Wir suchen nach einem Grasblock und nach einer Blume. Ey, das sind wir schlecht. Das sind wir schlecht, Alter. Das Noobs. Jo, Min. Das sieht auch so. Min, du hast dich gerade bestimmt gehittet. Wer ist Min? Tony Chopper. So ein verdammter Noob. So ein richtiger Noob bist du. Hä? Mein Gott. Ey, wie soll man denn hier irgendwen finden, Alter, der in Grasblock, hä? Hättet einfach alles. Mach ich auch, ich hätte jeden Grasblock einfach. Das war's mit dir. Habt ihr ihn? Ich bin im Haus. Oder näher davon. War schon einer in deinem Blumenbild? Ja, hab ich gerade schon geguckt. Na, guck dich, wo wäre der in der Grasblock? Nein, jetzt hat er ihn nicht erwischt. Was war's? Woher war er? Wer hat denn denn geholt? Das war die Blume. Wer ist denn jetzt noch? Wer ist denn jetzt noch? Nur noch Min, der Grasblock. Wo warst du denn, Mann? Ich stand, ähm, wenn, wenn, du konntest von mir oben wirklich alles sehen. Du konntest die Häuser sehen, du konntest, ähm, ich stand da so oberhalb vom Teich. Ich bin irgendwie auf diesem Berg da drauf. Ey, Jungs, ey, oder war Kussel ein Grasblock? Ne, Kussel war Sucher. Oh, ihr seid so schlecht, man sieht ihn mega. Hier, man sieht ihn doch hier mega. Ah, scheiße. Im Wasser ein Grasblock. Ja, das ist ja voll dumm eigentlich, okay. Ich hab gedacht, er ist schlau und hab einfach außen in Wasser geguckt. Ja, 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 ja. Dachte ich auch, okay. Arena 2, oder? Die ist verbar, sicher? Ich glaub, sie funktioniert. Okay, probieren wir es nicht mehr aus. Okay, ja. Also, testen wir Arena 2. Okay, ja. Ich hab... Ich lockere dich. Ah, es geht jetzt. Wow, ich will da hin. Wo ist der 6? Wie fehlt noch einer? Selber, du fehlst. Ich komme. Oh, oh, vielleicht ist die doch verbargt. Die startet nicht. Die ist keine Zeit angezeigt. Ja, die steht hier nicht, das Schild. Ach, da ist er. Das Schild steht hier nicht. Ich hab's nicht aufgestellt. Oh, das ist mir egal. Das wird auf jeden Fall jetzt wieder zu sparen. Oh, ich glaub, sie ist verbuggt. Wie kommst du da jetzt drauf? Äh, weil... da vorne eigentlich die... diese Lobby war. Oder, ne, ich hab die da unten hingemacht. Aber ich weiß es nicht mehr. Boah, hier Sucher zu sein ist... richtig behindert. Das ist mies, ne? Richtig mies, ne? Okay. Müsste eigentlich zwei Sucher geben, ich schwöre. Was ist das denn? Ja, sie ist nicht verbuggt, gut. Junge! Oh, ich bin da so ein Minus. Junge, was soll das? Ich schwöre, was... was soll das? Wer ist Sucher? Äh... Ich hab keine Ahnung. Ich höre da! Schon wieder? Ja! Was macht ihr? Ey, Junge, wenn man so ein dämliches... Wer ist das hier? Wenn man Kürbis isst, dann sieht man ja gar nichts. Kürbis? Ja, das ist richtig geil, ne? Junge, das ist voll Minus. Ich kann hier ja gar nicht kommen sehen. Ich bin extra oben und laufe hier so aus Spaß durch die Gegend. Wenn er kommt, laufe ich auf die andere Treppe runter. Aber ich sehe ihn nicht. Wir sind so alle hier. Er hat mich gesehen! Er hat mich gesehen! Nein! Ich... Ich... Ey, lass ihn mal töten! Lass ihn mal töten! Wo seid ihr? Wo seid ihr alle? Ich hab keine Ahnung, wo ich mich verstecken wollte. Ey, ich hab keinen Schwer, gehen wir ohne Stecken. Ich auch nicht. Ah, jetzt hab ich auch mal eins. Ich glaub, er hat mich nicht gesehen. Alle ins Untergeschoss des Hauses, des großen Hauses. Ja, okay. Da wo die Kakteen sind. Komm zu den Kakteen. Wo sind die Kakteen? Ey, lass ihn töten! Ja, komm zu den Kakteen! Okay, ich komm, ich komm, ich komm. Er kommt auf mich zu, ihr Trottel. Warte, ich komm mal. Wo seid ihr alle? Ich komm doch auch! Ja, Mann. Ich bin hinter, Yoda. Ja, er kommt da. Okay. Also, ich bin hinter. Okay, okay. Okay, auf ihn, auf ihn! Okay, ich komm, Mann. Seht ihr nur auf den Kurbel? Das ist ja der, ich seh ihn nicht. Er ist tot. Ich hab mir auch geschraubt, er loops. Oh, du loop. Ich hab ihn gar nicht gesehen. Du, ey, Alter. Wenn ich kein Ding sehe, wäre das viel einfacher. Ich bin so ein Kaktus, ich seh ihn gar nicht. Seid die Bescheuert. Ja, wenn wir genug sind, geht das ja auch. Ja, wenn wir genug sind, geht das ja auch. Gut. Das ist ja nicht mies, dass er euch beide gekillt hat. Ich hätte nicht tanken sollen. Aha, aha, aha. Junge, ich komm gar nicht hier runter. Ich kämpfe grad gegen Yoda. Nein, schade. Ich hab so ein Minusblock eigentlich. Da bewegt sich ein Kürbis. Das finde ich. Ich hab gegen... Ich hab den Kutter gekämpft und verloren. Ich seh was. Ich küsse. Hier. Ey, das bringt auch voll. Küsse. Nein, wie komm ich da hoch jetzt? Scheiße. Mein Gower. Ich seh was. Ey, kommt mal zum Sample raus. Oh, Mann. Oh, mein Gott, bin ich okay. Was? Wind kriegt mich nicht, Wind kriegt mich nicht. Junge, hey, ich bin doch grad vor euch weggelaufen. Was macht ihr denn? Hä, was ist der denn? Ich bin doch schon drein. Habt ihr euch alles schon gesehen? Ihr habt mich noch nicht getötet. Ja, Mann, ich bin ein Spinnenbeam hängen geblieben. Ach so. Ich fang immer, wie küsse ich nicht haben hier so. Nee. Fassig, ey. Dann dachte ich, so ein Kussl war da so am rumlaufen. Ich dachte, der hat sich... Oh, mein Gott. Wer ist das? So ein Noob. War das OP. Und lebt du auch noch wieder? Ja. Und noch wieder. Nur noch wieder. Ah, verdammt! Oh, da! Oh, da! Oh, da! Oh, da! Oh, ich hab so ein richtig gutes Versteck. Oh, die Chopper kommt mir hingegen, das ist nicht so gut. Ich hab so ein richtig gutes Versteck. Und ich glaub, ich hat grad jemand entdeckt. Hey, da bin ich gestorben. Deckige. Ich hab nix gesehen, das ist ein Ben Nudge. Min, du hast gesehen, wie ich da hingegangen bin. Und dann bist du verschwunden. Ich schwöre, ich weiß nicht, aber welcher Blocker ist. Ich weiß auch nicht. Eine halbe Holzstufe? Ich kann sagen, ja. Also ist das ein Holzblock? Irgendwas Holziges. Okay, also ist das eine halbe Holzstufe. Irgendwas Holziges ist auch ne tolle Aussage. Ja, das stimmt. Er war so ne halbe Holzstufe, ich weiß, wo er ist. Selbst wenn ihr mich findet, müsst ihr erst mal zu mir kommen, ey. Kommt man irgendwie auf den Sächer drauf oder so? Ist der auf den Baum? Ne, ich hab ihn gefunden. Oder? Ich glaub, der normalerweise auch? Nein. Ah, ich weiß. Leute, kommt der ja hier an dem Sandgebäude. Auf den Zaun drauf und dann aufs Dach. Da. Wie will man denn da hinkommen? Auf den Zaun drauf und dann aufs Dach. Irgendwie so. Gib mal Räuberleiter oder so. Ja, mach, er springt doch runter sonst. Geh da drauf. Ja, ich fang ihn ab von unten. Das macht mal. Wie soll man denn da hinkommen? Ich hab keine Ahnung. Geh da. Ich glaub, ich weiß wie. Aber fangt ihn ab. Ich fang ihn schon ab, kein Sauber. Es war eine saubere Parcours-Leistung von mir. Ich glaub, ich weiß wie. Kann man irgendwie auf den Zaun direkt rausspringen oder ist das zu hoch? Im Zaun ist einer halb hoch und da kommt man eigentlich so nicht direkt drauf. Okay. Nein! Hilf ich mir! Hast du den Müller gehauen? Ja. Okay, ja, dann kann man nicht hochkommen. Wir können nicht gewinnen. Ihr könnt da hochkommen. Ja, aber nicht, wenn du mich runterschlägst. Ja, das ist gut, ne? Achso, ich verstehe. Oh, da ist ein Oh-Shit. Ich kämpfe. Ich komm nicht dran. Das ist kein Sinn. Wir verlieren es, weil wir ihn nicht kriegen können. Da kommt man nicht dran. Kann man eigentlich auch ein Grasblock sein? Ein Laubblock sein? Good job, Fida. Ey, kann man eigentlich auch ein Laubblock sein? Äh, ja, kann man. Laubblock? Okay. Nochmal, Arena 2, Mann. Ja, nochmal. Sind wir drin? Jetzt bist du drin. Wie lange nehmen wir schon auf? Keine Ahnung. Ich schneide das hinterher eh erst, oder? Fehlt noch einer? Wo ist Kusse? Oder wer fehlt da noch? Also, ich fehle diesmal nicht. Ich glaube, Kusse fehlt. Yoda. Kusse. Dann Malo, nochmal. Der Kusse, ey. Also, nach der dritten Runde hier mache ich, glaube ich, erstmal Cut. Und dann mache ich direkt danach die nächste Aufnahme. Nein. Wenn ich jetzt nachher nicht so viel Stress habe, wegen Schneiden und so. Ich suche da keinen Bock drauf. So viel Ränder. Oha. Ich habe ja voll viel Tokens. Wo sieht man die eigentlich? Wenn du auf den Shop klinkst, dann links. Klar drüber. Wie viel hast du? Ich habe 1900. Ich habe 1786 oder so. Warum ist Kusse Sucher? Okay. 101. Kusse Sucher? Ist Kusse Sucher? Ja. Okay. Schon wieder, dieser Kackdreck. Ey, wo, wo, wo sind sie? Ähm, das große Haus und ein Untergeschoss. Hey, irgendwie ist das voll verbuggt, Mann. Dann ist immer das Gleiche. Lass uns versuchen, äh, solange... Ich glaube schon, wir haben das Gleiche. Ich bin auf das Gleiche wie dort eben, Mann. Kommt alle hier rein. Kommt alle da rein. Aber, äh, kommt alle aufs Dach. Lass uns möglichst spät töten. Wie kann man hier aufs Dach? Ja, komm, lass mal aufs Dach. Das ist gut, das Dach. Kann man aufs Dach? Ja, da, wo ich gerade war. Ach, auf das Dach? Die erste Etage, Mann. Nein, lass uns erstmal hier in die erste Etage von dem ganzen... Hallo? Hallo, hier. Verpisst ihr euch mal, bitte? Ja, wir töten ihn jetzt. Nein, 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 wir warten so lange. Wenn er kommt, wir gehen. Wir fliehen so lange vor ihm, weil er ist nur 30 Sekunden tot. Das ist zu wenig Zeit. Ey, seid ihr alle der gleiche Block wie vorhin? Nein. Ja, ich bin der gleiche Block. Ich guck nach raus, ich sehe ihn von hier. Er ist gerade... Er guckt gerade auf dem Baum drauf. Ich sehe gar nichts. Ich guck ihn so an, auf dem Fenster raus. Das ist voll geil. Wenn er hochkommt... Ey, wir sehen ihn jetzt. Wenn er hochkommt, gehen wir auf der anderen Seite runter. Und zwar schnell. Welcher Seite? Ja, auf der anderen Seite, von der er nicht kommt eben. Ey, ich hab noch ein besseres Fassensteck als gerade. Ey, ich bin direkt wo ich bin, ey. Ja, nicht. Ich hab einfach die Kammelverstücke gesucht. Aber wahrscheinlich findet mich Kussel immer noch nicht. Kussel kommt ins Haus. Ey, seid ihr alle oben? Er ist im Haus. Okay, welche Seite? Ich bin da, wo ihr mich überhaupt nicht vermutet. Aber ich sehe Kussel. Hallo, haut doch ab, Mann. Kussel läuft auf der Seite bei den Kürbissen lang. Kussel sitzt an mir, Junge. Und Kussel ist dort. Ich probiere einfach mal, ob ich so... Kussel ist unten, okay. Der ist da hinten, okay. Jetzt ist er unten im Haus drin. Okay. Wir gehen auf die andere Seite. Okay. Du bist auch oben? Ja. Andere Seite, andere... Junge. Jetzt ist er in der Mitte, er geht durch. Okay, okay, okay. Er ist auf der anderen Seite. Okay. Er kommt. Okay, runter. Er ist oben. Ich bin unten. Okay, wohin jetzt? Wohin jetzt? Ja, komm mit mir. Ja, komm mit mir. Die ist halt nicht oben. Jetzt kommt Kussel gleich wieder nach unten und die rennt wieder nach oben. Ja, er ist schon wieder unten draußen. Ich sehe euch. Ich bin da rein. Oh, fuck. Was ist los mit dir, Milne? Du bist an der falschen Seite raus. Was hast du gemacht? Ich verdrücke auch. Ich dachte, du warst das. Das war Fugt, Mann. Was hast du denn zu mir gehört? Ich dachte, du wärst das, Mann. Du hast gesagt, folg mir. Das würdest du auch mir folgen. Ja, bei was, Mann? Ich war dieser komische Anwildblock. Ja, sag das denn auch. Och selber, was ist denn los? Jetzt funktioniert meine Taktik. Gleich bitte nochmal. Bitte Kussel, Super, bitte. Wir müssen alle zusammenbleiben. Ja eben, ihr müsst dann da bleiben. Das ist voll die reine Taktik. Einfach immer warten, wo er hingeht und so. Wobei, wenn ihr irgendwo hingeht, ist das auch ganz witzig. Aber mindestens zu zweit müssen wir sein. Jetzt hab ich ja verloren, ihr mit meiner Taktik. Egal, ich gewinne. Das ist unmöglich, mich zu finden, ey. Das müssen wir auf jeden Fall wegmachen hier. Das ist zu okay. Ich gucke kurz dir gerade an auf dem Fenster. So, so. Ja, ihr wisst doch, dass ich oben bin. Kannst du richtig kommen, ist mir egal. Also einer von euch war gerade richtig nah an mir dran. Also ich find's garantiert nicht. Ich stelle mich immer noch da, wo ich gerade eben gesprochen bin. Aber ich habe eventuell so eine Ahnung, wo das sein könnte. Hi Tobi, sprinte du nur. Sind die Blöcke, die man sein kann, 100% zufällig? Oder hat man da so eine... Ey, kommt irgendwann gegen. Im Haus, im Haus, im Haus. Also da oben. Okay. Ey, im Haus, unten. Das wäre doch schon mal deutlich sinnvoller, wenn man wüsste, was der Raub schon drin ist. Wie witzig das ist, wenn du mich einfach nicht Chris nimmst. Ey, hier hinten. Ich hab keinen Bock, das Kussl hier zu schreiben. Wo ist's hier hinten? Hinter dem Haus. Jetzt ist er nicht im Haus. Er ist weggerannt. Wie Patrick und ich am ersten Mal jetzt hier hinter dem Haus herrennen. Der ist Patrick. Ich hab was aus Holz gesehen. Ja toll, ich auch. Holz bin ich nicht. Das ist nur eurer Information. Ich hab was aus Holz gesehen. Was ist das für eine Aussage? Guck mal, ich hab da was aus Stein gesehen. Was ist das? Ja, ich bin mal noch nicht. Ey, ich bin ja so OP, Junge. Ich bin OP. Du bist OP, aber ich war ja einfach mal in so einem Haus drin und wir haben es nicht gekriegt. Was warst du noch mal? Du wiegst dich an der Stadt und drauf, Junge. Du kriegst doch die Kribe, wenn er so ankommt, ey. Ne, Markus, du warst ein Amboss oder so, ne? Oh fuck, Kuss, wir gucken einfach so hier hoch. Ja, geil. Oha, ich bin der Letzte. Ja, normal. Ich dachte, du wärst diese gelbe Rumor gewesen, weil wir dich nicht gefunden haben. Und gerade war schon wieder jemand richtig nah an mir. Lass mal alles stehen. Nein, bis ich spawnen, ist zu spät. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Was ist der denn? Vielleicht. Der Holz, haben wir doch gesagt, oder? Was für Halt. Ja, ich bin Holz. Halbe Holzstufe wahrscheinlich wieder. Ja, ich bin ne Holzstufe. Oh ja, ich kann nicht mehr spawnen, leider. Ja, ich guck mal, wo ihr so seid. Du bist ja jetzt gespawnt. Ja, jetzt. Da, wo ist die, ey? Ja, der ist oben drauf. Verrat das doch nicht, warte mal. Wo ist da? Ich weiß was, aber ey, verrat das nicht. Ey, verrat das nicht. Yeah, okay. Nicht, mach das nicht weg, das ist verrückt.